HP LaserJet Enterprise M607, M608, M60913.e. Ein Papierstau im Ausgabefach. Die folgenden Informationen beschreiben das Beheben eines Papierstaus im Ausgabefach. Im Falle eines Papierstaus wird auf dem Bedienfeld die folgende Meldung und eine Animation angezeigt, die Ihnen das Beheben des Staus erleichtern. Wenn Papier im Ausgabefach sichtbar ist, fassen Sie das Papier oben an und ziehen Sie es heraus.